Und damit, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, kommen wir auch zur nächsten künstlerischen Darbietung des Abends. Direkt aus der Stadt im Herzen Deutschlands, in der Suff und Zugeballertheit quasi genauso zum Stadtbild dazugehören, wie der Reiter vor dem Bahnhof. Direkt aus Hannover auf unsere Bühne, hier sind Fritz und Monty mit Zugekoks und Hacke dicht. Der Plan ist ganz easy, ich sauf heute nix, bin da für die Freundin und tu meine Pflicht. Alles ganz locker, ich kann mich benehmen, kein Fick mit ner Hure von Ladies.de. Noch 40's Nummer, der Typ tut nicht gut, soll er doch feiern, ich bleib auf den Zug. So weit die Planung, doch dann wird mir klar, die besten Geschichten entstehen an der Bar. Also entblock mich, ändere den Kurs, die Frau bleibt zu Hause, denn mich treibt der Durst. Ich will seine Nummer, die Laune, sie steigt, es klingelt und blutet, dann ist es so weit. Ich will, ich will es, und du willst es doch auch. Mehr Koks, mehr Alkohol und mehr nackte Frauen. Zugekoks und Hacke dicht, Junge, das liebe ich. Und nach ner Wochenschicht, ist uns eh langweilig. Komm, lass uns ballern bis alles hier, alle ist. Das ist das Schönste und das Schlimmste der Welt. Zugekoks und Hacke dicht, Junge, das liebe ich. Und nach ner Wochenschicht, ist uns eh langweilig. Komm, lass uns ballern bis alles hier, alle ist. Das ist das Schönste oder Schlimmste der Welt. Ich kippe in mich rein, bestopfe mir die Nase. Und bin ich zu drauf, rauch ich den Hase. Parade, kein Freund für den TikTok-Pitsch, weil Bierkoks Fußball wichtiger ist. Ich höre sie schimpfen, der Typ ist zu dicht. Ich liebe das Leben und du entschweigst nicht. Mach es so weiter, Labina, Coca, scheiß auf dich und scheiß auf Corona. Wozu enthalten wir mich auf, lieber jetzt? Kein Mensch kann mich stoppen und auch kein Gesetz. Das nimmt zu kurz, ich breche die Regeln. Genuss, Abzucht, kein Bier, kein Leben. Was guckst du hier? Ey, Mama, ist die Hitparade. Und was machst du hier? Koksen? Gib mal die Bedienung her. Mh, ey. Schau mal was Vernünftiges. Guten Abend, liebe Damen und Herren. Zuballern und drauf sein, was harmlos klingt, kann schmäh gefährlich werden. Immer mehr junge Leute versüßen ihre Arme mit Benzobilipolonien, mit wie ein Esther, umgangssprachlich auch Kokain genannt. Heute zu Gast sind zwei Musiker, die selbst seit Jahren Opfer der Droge sind. Fritz und Monty. Willkommen, ihr beiden. Nun drängt es sich mir direkt zu Beginn die Frage auf, wie sich so der beinahe tägliche Konsum in eurer Kunst widerspiegelt. Wir können dir das ja mal vormachen. Also besser hier im Studio. Nee, ist gar kein Problem. Also gar kein Problem. Du guckst und tacke dich, tu mir das, liebe ich. Und nach einer Wochenschicht ist uns sehr langweilig. Du guckst und tacke dich, tu mir das, liebe ich. Und nach einer Wochenschicht ist uns sehr langweilig. Du guckst und tacke dich, tu mir das, liebe ich. Und nach einer Wochenschicht ist uns sehr langweilig. Wir können uns sehr langweilig. Und alle sind alle liebsten. Und das ist der Schätze, der Schätze, der der rei. Und die Kusser, tacke dich, tu mir das, liebe ich. Und nach einer Wochenschicht ist uns sehr langweilig. Wir können uns sehr langweilig. Und nach einer Wochenschicht ist uns sehr langweilig. Alter Fritz, was ist das geile Szenier? Das ist die neue Kassette von Fritz und Monty. Zugeguckt und tcadellicht. Lyugisches Meisterwerk. Tiefsinnige Texte. Zu jedem Anlass zu hören. Weihnachten, Ostern, Neujahr, Geburtstage. und weißt du was ich für euch habe? Ab sofort auf Spotify und allen anderen Ringportalen und das Geilste am besten hört man das Ganze über Ballad genau das, genau das das machen wir jetzt zurück, tschau